Ich finde es genial, dass wir nicht ein Kabelbinder vertreiben, sondern ein Gewürz. Etwas, das sinnlich ist, das farbig ist, das auch für Gesundheit einen Beitrag leisten kann. Der Würzmeister ist eine Sozialfirma, weil wir Menschen für ihre Lebenslagen unterstützen. Wir bemühen uns um eine gleiche Augenhöhe, also nicht einen typisch therapeutischen Ansatz, sondern es ist wie ein Miteinander unterwegs sein, wie in einer grossen Familie, man unterstützt sich gegenseitig. Der Würzmeister hält sich ziemlich ab von den meisten Gewürzmanufakturen, die es gibt. Und zwar brauchen wir keinen Zusatzstoff, also weder Geschmacksverstärker noch sonst irgendetwas. Und alle Rezepturen hat mein Mann selbst entwickelt, eigenhändig. Und wir malen auch alles wirklich selber und mischen selber in kleinen Chargen. Und das Schöne finde ich, wenn du etwas Eigenes aufbaust, ist, ich glaube, das Selbstbestimmte. Das unterschätzt man, wie viel Wert das ist.